In einer Wissensgesellschaft ist Bildung der Schlüssel für ein selbstbestimmtes Leben. Doch wem vertrauen wir unser Kind die nächsten acht Jahre an? An welchem Gymnasium kann es sein Talent entdecken? Und welches soziale Umfeld wird seine charakterliche Entwicklung mitbestimmen? Wir im Johannes-Kepler-Gymnasium in Leonberg versuchen seit über 50 Jahren, unsere Schüler auf eine moderne Industrie- und Wissensgesellschaft vorzubereiten. Wir leiten sie an, in Zusammenhängen zu denken und dabei den Mensch in den Mittelpunkt zu rücken. Das VKG hat ein ganz breites Angebot für seine Schülerinnen und Schüler. Sie können je nach Begabung und nach Lust wählen, welche Bereiche sie belegen wollen. Also vor allen Dingen die Freiheit, sich selber zu entfalten als Persönlichkeit. Und nicht nur auf so einer fachlichen Ebene, die natürlich alle Schulen bieten, dafür sind wir halt Schule, sondern gerade der Persönlichkeitsentwicklung. Also wir haben extrem viele außerunterrichtliche Veranstaltungen, wir haben sehr viele Arbeitsgemeinschaften, Projekte. Wir haben eine tolle, lebendige SMV, die auch immer wieder neue Ideen in das Schulleben einbringt. Und dadurch entsteht einfach eine ganz, ganz tolle, lebendige Atmosphäre, in der sich einfach jeder wohlfühlt. Und in der Schule habe ich schon immer gerne Fußball gespielt. Wir haben als Sportfachschaft die Möglichkeit, zum Beispiel eine dritte Sportschule zu unterrichten, wo die Schüler die Möglichkeit haben, einfach Sportarten zu wählen, die übers Schulleben hinausgehen. Zum Beispiel Reiten oder Tennis, ohne dass dafür spezielle Vereinsmitgliedschaften erforderlich sind. In der Industrieregion Stuttgart haben Forschung und Entwicklung im technologischen Umfeld einen hohen Stellenwert. Das JKG bietet ein ganz besonderes naturwissenschaftliches Angebot an. Zum Beispiel die Arbeitsgemeinschaft Mädchen und Technik oder unsere außerschulischen Partnerschaften mit großen und mittelständischen Unternehmen. Sie können aus der Schule hinausgehen, können in Unternehmen gehen und haben dann einfach auch die Möglichkeit, etwas von der Alltagswelt zu entdecken. Und für alle, die sich in der Klasse 8 für das naturwissenschaftliche Profil entscheiden, kommt das Hauptfach Naturwissenschaft und Technik hinzu. Am JKG können Schüler als erste Fremdsprache zwischen Englisch oder Französisch wählen. Ab Klasse 6 kommt dann jeweils die andere Sprache hinzu. Und ab Klasse 8 steht im Sprachprofil Italienisch als dritte Fremdsprache zur Wahl. Also das JKG ist unglaublich breit aufgestellt im künstlerischen Bereich. Wir haben Schüler, die machen zum ersten Mal die Erfahrung, wie es ist, auf einer Bühne zu stehen, vor Menschen zu stehen, zu performen und dadurch einfach ein ganz anderes Standing zu kriegen. Es ist manchmal nicht so einfach mit ihnen. Wir spielen nicht nur Klassisch-Theater, sondern wir haben auch Theaterstücke selbst geschrieben. Am JKG gibt es eine Songwriting-AG. Diese ist einmalig in Baden-Württemberg. Sie komponiert ihre eigenen Songs und produziert mit dem mobilen Tonstudio auch eigene CDs. Unser Schulverein fördert das JKG in ideeller und materieller Hinsicht. Dabei steht die lebendige Schule als Grundsatz im Mittelpunkt. Der JKG-Schulverein unterstützt Projekte, die den Schülerinnen und Schülern direkt zugute kommen. Das sind Projekte sowohl in wissenschaftlicher als auch in kultureller und sportlicher Hinsicht. Ich würde Eltern und Schülern des JKG nahelegen, weil es eine Schule ist mit einem ganz großen Zusammenhalt. Wir sind eine überschaubare Schule. Jeder kennt jeden. Und wir meistern die schulischen Entwicklungsbeiträge gemeinsam. Und das ist toll hier am Johannes-Kepler-Guinasium. !